Moin, guten Tag, mein Name ist Torben. Ich bin hier der beste Mitarbeiter, das ist der Laden, in dem ich wirke. Ohne mich läuft hier überhaupt nichts, aber wir haben natürlich ein paar andere Kandidaten. Ihn hier zum Beispiel, das ist Patrick, der Sohn vom Bruder vom Chef. Nicht so der allerhelgste, aber wir haben uns mit ihm zurechtgefunden. Wir müssen ihn ein bisschen integrieren. Ich bin dazu abgestellt worden, ich mache das Beste draus. Und los geht's. Torben! 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 Piu-piu! Okay. Das ist wirklich unglaublich, diese Technologie. Dreidimensional alles. Es ist ein Polarisationsfilter drin, links, rechts, beide Augen. Wird sozusagen vertikal und horizontal das Licht umgewechselt. Und dadurch hat man diesen dreidimensionalen Effekt. Das ist wirklich, Torben, das musst du dir vorstellen. Das ist, guck mal, rattenscharpe Bilder, wunderschön. Manchmal wünschte ich, ich wäre tot. Ich wissen, ob Sie Samsung 65.0 haben. Samsung 65.0. Das ist schon ein 3D-Projekt. Das ist ein bisschen unser bester Mann hier, ne? Unser bester Mann, der Patrick, ne? Tom Messers, du weißt, dass das nicht gut ist. Das ist der Sohn vom Bruder vom Chef, deswegen hier ein bisschen. Aber die Familie ist froh, wenn er mal vom Fernseher weg ist zu Hause, ne? Torben, das ist mein Kunde und du weißt, was wir für eine Absprache haben. Wenn ich einen Kunden habe, bist du bitte ruhig. Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Das wäre ganz gut, wenn Sie ihn einmal heute mal lassen. Ansonsten, unser Dolby Surround Rain Man kennt sich wirklich gut aus mit Fernsehern, ne? Was sagen Sie, welche Nummer? 65.0. Er denkt immer, er kann das alles alleine, ne? Genau. Aber weißt du, was dabei rauskommt, wenn die Leute denken, dass man immer alles alleine kann, ne? Was los? Weißt du, was dabei rauskommt, ne? Was sagt er? Dann passiert das wie mit Guido Westerwelle, ne? Was ist da gewesen? Ja, der hatte ja auch zwei Jobs, dann dachte er, er kann alles alleine. Hat er nur noch einen, ne? Kurz unten der Dings dann rufen. Der war ja Außenminister, war der ja erst. Und dann hatte er noch einen anderen Job innerhalb der Regierung. Wissen Sie, was das war? Ne. Der Westerwelle? Ja. Also fast Kanzler. Ich muss mal kurz nachgucken am Lager. Wie nennt man das denn? Vizekanzler. Vizekanzler heißt das, genau. Das war der. Aber das ist ja jetzt jemand anderes. Vielleicht bist du ja mal Vizekanzler, du. Ich, ja? Ja. Ja, ne? Trauen Sie ihm das zu, dass er Vizekanzler wird? Unser Patrick, unser bester Mann hier. Mit kleiner Hans Wurst hier. Kann jeder nur sagen. Hörst du jetzt bitte, wir haben letztens mit Herrn Weinheim im Betriebsrat darüber gesprochen, dass du dich nicht vor den Kunden so diffamieren sollst. Nein, so nur Spaß, Patrick. Guck doch mal nach dem Fernseher jetzt, dem Samsung. Samsung. Ja. Aber wie heißt der noch, der aktuelle Vizekanzler, der jetzige Chef von der FDP? Ach. Wie heißt der noch, der Kleine, der so aussieht wie zwölf. Der Kleine vom FDP? Ähm. Er hat so einen Namen, der gar nicht zu dem passt, so eine Asiate. Ach so, der Rösler. Philipp Rösler, so heißt der, ganz genau. Wunderbar. Den hab ich letztens im Fernsehen gesehen. Ja, Uwe. Geht das wieder los. Ich hab so einen tollen 1920, 1080 Pixel-Fernseher. So wie Ihre jetzt, wenn Sie die denn holen. Full HD, ich kann alles ratenscharf sehen. Wunderschöne Haut hat der Mann, hab ich da festgestellt. Aber mein Problem ist, dass ein Sender jetzt nicht mehr empfangbar ist. Der ist Pay-TV geworden Anfang des Jahres. Dieser Musik-Sender, wie heißt der? Dieser Musik-Sender, kennst du diesen Internationalen, der auf der ganzen Welt, den es überall gibt. Nee, der andere. Ja, MTV. Ja, MTV, genau. Da lief eh nur eine gute Sendung. Boah, die hab ich... Ja. Weißt du, dieses Home? Ja. Hast du das auch immer geguckt? Ja, hab ich auch immer geguckt. Da waren zwei ganz coole Typen, aber was weißt du? Ah, fand ich ganz gut. Ich guck mal ganz kurz am Lager, ja? Ich geb Ihnen nochmal hier ein bisschen Schmerzensgeld, weil Sie hier so lange warten mussten. Das ist für Sie. Ich bin ganz kurz am Lager. Sie warten eine kleine Minute hier, wir gucken gleich wieder, ne? Wiedersehen. So.